so alle guten dinge sind drei oder steht da schon unten den west ist schlecht jetzt von hinten kriegen das ist ein feind er stellt sich bestimmt schon wieder rennen aber diese lieber das war eben gerade gar nicht mal so verkehrt was sie gemacht hat ach das rufen das ist ein feind das sind wir wir hatten doch irgendwas mit steine werfen so eine waffe habe ich moment los krabbeln kümmert euch um den da ich hoffe der kommt hier noch runter behaltet den da im auge bleiben der klang markiert der müsstest du kriegen der kommt gleich zu hier liegt eine waffe hier liegt etwas habe hier was hast du ja da ist doch einer ich glaube da ist noch einer ich lade nach der finder behält der finder behält der finder behält das ist was oh mother Sichtkontakt da kommt noch полizion ich bin in ja es musste mal gesagt werden ich bin leer so holt's geld und jetzt zum schwierigen teil hier rauskommen jetzt jetzt gibt es hier ich habe einen schalter auf meiner wir müssen vom strand weg nicht so sieht so lange uns diese drecksäcke am arsch kleben so wie machen wir das jetzt mal gucken ob wir das jetzt wieder hinkriegen am besten lassen wir mal den rechner nicht abstürzen ja das aber jetzt habe ich ja das jetzt lasse ich fraps laufen wie es klar ist denn du wenn du läufst auf c also hier sind wir zwei einfach nach mehr kohle fragen ist doch nichts dabei kümmert euch um den da das markieren hat eigentlich oder vorne steht dann ich weiß nicht ob der hinter uns gleich einer kommt man ich bin viel mehr wert als ich verdiene hier ist eine die frage ob der jetzt gleich umfeld wenn ich kopf schluss macht ein habe ich okay bei drei schieß ich ich habe nahkampf gemacht was so warte mal warte mal warte mal ich versuche noch den anderen hier nahkampf auszuschalten und da bist du tot nein 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 ich bin hier links neben dir dann bleib weg die schießen auf dich der typ ist gepanzert ich hoffe dass ich euch wieder gleich bist du tot scheiße ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme kämpfe mit dem hund sie kämpfe schnell mit dem hund was tut das töte den hund um da ja ja den kannst du selber was passt auf dass du ein panzermensch Das ist ein Geier! Das ist ein Geier! Nein, nein, nein! Hol's der Geier! Der ist gepackt! Zuversch! Ich habe ihn! Gleich bist du tot! Entdeckung! Schamkantagung! Gib auf! Du hast doch eh keine Chance! Schamkantagung! Entdeckung! Schamkantagung! Schamkantagung! Den packel ich ab! Oh, Alter! Muss laden! Ich glaub rüber zu er geht ja noch! Heilige Scheiße! Dumm! Wo hast du kämpfen gelernt? Du hältst jetzt hier, wenn ich dich sehe! Granate raus! Ich bin getroffen! Muss nachladen! Ein scharer! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Heilige Scheiße! Das ist das! Oh! Oh! Nichts als Luftlöcher! Oh, Jesus! Das ist nichts mehr als ein menschlicher Sandstack! Schäle, sauber! Ich lade! Schamkantagung! Schamschütze! Holt ihn euch! was noch da ist ist das was wir hätten bis irgendwo munition da ich bin schon dran so kriege nichts mehr so was ich noch machen wollte ja so das habe ich auch gemacht alles klar wollte mal was in die luft jagen die reinfolge ist blöd erst laden dann kugel holen reiche höher gelegenes gelände ja die spiele ist ja heutzutage ja für dummies die schreiben dazu was du machen sollst um links ist eine einblendung bitte überleben da ist einer da ist ein scharfschütze ich lade nach ja scharfschütze sieht man ich muss mal ein mauspad mal ein bisschen runterziehen es ist nur eine frage der zeit bis wir dich kriegen aufpassen sie entdeckt scheiße sniper es ist vorbei freundchen sie ist noch ein schon erledigt schenken 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 ich bin gleich leer geschossen wo rennst du wieder rum ich bin ein bisschen höher schenken hast du munition bei dir äh negativ hier oben müssen wir noch strengen also granaten werden das ist doch was schenken hier ist munition da bist du ja hier gibt es munition wir haben hier auch für granate berg da ist springstoff wo kann doch nicht angehen aber Achtung! Er hat einen Klammwerfer! Da sind wir! Du bist in jeder Hinsicht unterliegt! Oh, was ist das da, Fighter? Oh, knapp wie Epper! Der lebt noch! Der kommt auf dich zu! Ja, den krieg ich! So, das war's! Nee, hinten sind auch ein paar! Oh, oh! Jetzt brauch ich aber auch langsam Munition hier! Unten liegt er noch! Der Geier! Legt ihn um! Zum Geier! Erredigt! Lade nach! Schengi war! Shit! Ich lade! Ich lade! Ich lade! Ich lade! Pass auf, da kommt einer von rechts! So, ich geh nochmal zurück, hol mal Mun! Ja! Wo sind die? Die ist gerade mit da! Ach, da! Sprechstauf hier! Irgendwas? Zappelt die da noch? Ja, aber wir brauchen ja bisschen Munnen, um die auch aufhören zu lassen! Zu zappeln! Zu zappeln! Oh, da war halt die Runde! Puh! Gehst du links und nicht rechts? Da ist ja eine Treppe! So! So weit war ich ja noch nicht! Ja, aber dann überrennen! Okay! Der Punktum ist unsere beste Chance! Macht die Arschlöcher fertig, damit wir loslegen können! Irgendwas stimmt hier nicht! Äh! Oh! Ich weiß nicht, ob das so gut ist! Was war's? Komm, 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 komm! Ja, sammeln! Ach du bist ja da! Zur Reihe rutschen! 3, 2, 1! Hä? Huh? Was ist das? Bereit! Bereit! Ja, ne, geht noch weiter! Aber... Hier mache ich einen kleinen Videobreak und dann geht's gleich weiter! So! Und weiter geht's mit Parkway 3! Im Koop-Modus! Wollen wir mal schauen! Level 5 Aufstieg! Klack-Beste freigeschaltet! Aua, aua, aua! Und jetzt ein kühles Bier! Wir versuchen den erstmal lautlos zu töten! Ach! Da ist dein Scharfschütze! Ja, auf dem Turm! Da kommt! Da sind sie ja! Na ja! So lautlos war's dann halt auch nicht! Bist du mir gerade eben vom Lauf rumgesprungen? Nein! Ich lade nach! Nein! Ich lade nach! Ich lade nach! Ich lade nach! Ich lade nach! Und dann! Ah! Oh, ja! Oh ja! Ah! Das ist ein Namen! Was die alles aushalten! ja ich bin die wenn man messer finde ich das immer am spaß ist dass dann hier knopf drücken wirst du denn wir müssen warten es ist unwahrscheinlich dass wir allein bleiben augen auf und nein dann gehe ich auf den turm hier auf fälschen irgendein verteidige das gebiet ochlö ich komme auf den turm hier nicht drauf ich habe mich doch gerade wiederbelebt ich eigentlich auch ok zum glück hast videoschnitt gemacht